Mit der City of Ideas hat die Bundesdruckerei auf der CeBIT 2013 ihre Systeme und Produkte des Full-ID-Managements von heute und morgen präsentiert. Aufgebaut wie eine Stadt mit Straßen und Bezirken zeigte der Stand dem Besucher die Lösungen der Bundesdruckerei im Alltag. In den drei Bezirken Government, Business und Mobility, angelehnt an den modernen Städtebau, fanden sich wichtige Themen unserer Zeit wieder. Messebesucher konnten sich rund um sichere Identitäten und vertrauenswürdigen Datenaustausch informieren. Der Stadtspaziergang wurde durch einen Besuch auf dem zentralen Marktplatz, der Speakers Corner und dem standeigenen Kino abgerundet. Die Bundesdruckerei auf der CeBIT 2013 kreativ und innovativ mit der City of Ideas. Untertitelung des ZDF, 2020